Willkommen bei Benni und Steve, mein Name ist Steve, da drüben sitzt Benni und wir spielen heute für euch Kameen. Also mal ein neues Spiel starten. Tommy wird seit drei Wochen vermisst. Ich erhielt einen anonymen Anruf, der besagte, dass er in der Umbrella La Klinik sei. Hi Tommy, ich komme dich holen, glaube ich. Stand da noch. Also, wir müssen die Kommissar Racks finden oder was. Ich weiß nicht. Oh, wir haben einen Ball. WSD, bewegen. Linke, Left Shift, ausführen oder was. Left Click, Ball werfen. E-interagieren. Was ist das, Alter? Moment mal, warte mal. Okay. Okay. Habe ich bis jetzt auch noch nicht erlebt, dass man nur so Ball wirft. Tommy heißt er. Tommy. 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 Tommy, hier kommt der Genuss. Aber suchen wir den jetzt? Also, oder machen wir uns auf den Weg zur Umbrella? Genau, richtig. So. Mi perdi. Ein weiterer vermisster Hund. Ja. Ja. Ethan. Ethan. Doc, Doc. Okay. Schön. Und, wer bist du? Was ist nur für Einer? Wer will nochmal haben mit Tommy? So, warte mal. Darf ich mal einen Ball wieder haben? Oh, der Ball muss erst wirklich liegen. Das ist kein guter Ort für einen Jungen wie dich. Dicht das an. Suchst du deinen Hund? Ja. In letzter Zeit werden hier viele Haustiere vermisst. Ach so. Und ich denke, diese Zwielichten-Tierklinik hat etwas damit zu tun. Sei vorsichtig. Junge. Oh, mach mal was mit deinem Gesicht, Alter. Das hast du Lagerfeuer ausgemacht, Alter. Ich geh mal. Oh Gott. So. Ah, guck mal hier. Alles im Salih. Schön. Ja, das Grüne. Oh, warte mal da vorne. Kops. Nehmen wir mal hier drin. Oh, hier zu Umbrella. Was ist denn da für ein Balken, der sich auflädt? Ich glaube, das ist deine Ausdauer. Aber wenn du gespringen bist, ist sie weg. Oh, okay. Krass, Alter. Und wir müssen... Ah, okay. Alles klar. Alles klar. Open. Yay. Auf geht's. Oh, shit. Hello. Is anybody here? I have to find Tommy. Tobi. Alter, bis es halt so... Behalte den Ball jetzt besser bei mir. Ja, bei den vielen Hunden vielleicht ist gut. Guter... Guter Tipp. L'Antesala della Muerte. Das war eine verdammt gute Radiosendung. Okay. Okay. Ja, sieht wirklich vertrauenserweckend aus, diese gute Tierklinik. Das ist einfach eine Qualitätsendung, muss man sagen. Wie Benni und Steve. Das ist halt... Oh, der verschmolzene Hund-Mensch-Hybrid. Was? Eine Erforschung des Halbgott-Potenzials Teil 1. Das ist ja schön. Zusammenfassung. Diese Studie untersucht das Potenzial einer Verschmelzung zwischen einem Hund und einem Menschen, die zu eurem Halbgott führt. So, das ist ein klassisches Benni und Steve-Spiel. Durch den Einsatz fortschrittlicher genetischer Modifikationstechniken. Die DNA beider Arten wurde zu einem Hybrid-Organismus verschmolzen. Die Probanden wohnen einer Reihe von körperlichen, geistigen und metaphysischen Tests, um das Ausmaß ihrer Fähigkeiten zu bestimmen. Was ist nur das? Äh, weiß ich auch nicht. Vibriert? Wackelt? Keine Ahnung. Schwebt? Pulsiert? Achso, wir atmen schwer anscheinend. So, was haben wir hier? Können wir hier... Wir haben noch einen kleinen Ausschank so für Hundefutter? Oder was? Wie wird? Lass uns mal in den Keller gehen. So, so... Test probieren. Genau, ist super. Ja, ja. Wir sind nach hinten. Ist da ein Hundi? Hundi! Hundi! Ein Hase? Sieht erst wie ein Hase. Oh oh. Jetzt ist der Hase weg. Hase? Dürfen wir in die Kameras kommen? Okay, follow the rabbit. Da weiß ich nicht. Ist das so clever? Naja, ich hab keinen anderen Anhaltspunkt jetzt irgendwie. Jetzt wird's... Jetzt... Ja. Wir schauen mal. Der Junge schreibt auch gerade. Der Hasenhalbgott. Hasenhalbgott? Mhm. Oder Abitur. Okay, um Kleidekabinen oder was? Oder wie? Oh, ist das... Ja, ich nehme das. I take it. Soll das sein? Eine Strohflinze. Aber ich weiß nicht, wie man schießt. Ah! Verdammt! Warum sollte ich sie überhaupt brauchen? Hallo, Halb-Mensch-Halb-Hund-Gott-Verschmolzene-Hunden-Mensch-Hybrid? Teil 2! Teil 2! Ähm, ja, so ein Hybrid-Welpen-Hund-Hund-Hasie-Mischung. So ein Hase. Genau. So, hier ist schon ein Blattwunder, Flora. Ganz schau. Äh, was? Okay. Die Globe hier geht nachher, geht da runter. Hm, da, ja. Ist jetzt Teil 3, oder? Bestimmt. Ja, das ist eine Forschung. Teil 3. So sieht's aus. Ergebnis. Der Hybrid zeigt psychische, äh, äh, Eigenschaften, äh, die über die beide Arten hinausgehen. Einschließlich erhöhter Kraft, Beweglichkeit und geschärfter Sinne. Mental zeigt das Objekt eine einzigartige Fähigkeit, sowohl Hund als auch Mensch zu verstehen und mit ihnen zu kommunizieren. Und so wie Problemlösungsfähigkeiten auf Augenhöhe mit einem Menschen aufweisen. Der Penner schnappt sich die Schrotflinte, ich sag's dir. So, jetzt hier hab's wieder, äh, Chili. Es war wieder Chili-Dienstag. So, schön. Nee, ich hab leider keine Taschenlampe, glaub ich. Wenn das jetzt gleich deine Frage sein wird. Nee, nee. Alles gut. Oh. Guck mal, das ist so malen nach Zahlen, so ein Husky. Schöner Hund. Ja, Huskys sind mir ein bisschen zu, die, die, die sind nicht tatsächlich, glaub ich, für unsere Breiten gerade gemacht, irgendwie. Nee, das ist natürlich nicht, nee, das ist richtig. Äh. Hm. Die können knurren. Tommy, bist du das? Ich kann nichts sehen, ich muss einen Weg finden, das Licht einzuschalten. Was ist das? Ich will nicht hinsehen. Hallo? Oh, nee, Alter. Und uns fehlt eine Sicherung. Hm, hm, hm. Die gute Fieber. Oh, das ist so schön. Tanzen und Kleen. Ja, Schließfachschlüsse erhalten. Ruben. Oh, Name McCree, unbekannt, inkompatibel, entflohen. McCree will mir seine unüberzählbaren Temperaments und seinen unstellbaren Hunger auf große Probleme für das Personal. Die Ergebnisse zeigen, dass er für das Projekt nicht geeignet ist. Wir haben versucht, ihn loszuwerden, aber wir haben festgestellt, dass er aus unserer Isolation entkommen ist. Wie? Das ist einfach noch ein Mysterium. Name, Tommy. Oh, unser Tommy. Kompatibel. Am Leben. So, die Tests kamen zu dem Schluss, dass dieser Hund nicht das ideale Gefäß für einen Gott sein kann. Aber wir können ihn für andere Zwecke verwenden. Seine hohe DNA-Kompatibilität macht es zu einem Kandidaten für andere kleinere Projekte. Jedenfalls ist er laut Tests zu schwach. Hm, oh, hey. Ich... Oh, der sieht so dusselig aus. Hallo? So, Ruben. Zwei Jahre kompatibel, lebendig, mutiert. Äh, 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 äh. Als Produkt einer Mutation in seinem Skelett und seiner Muskulatur begann das Exemplar auf zwei Beinen zu gehen und hat sich bis auf das Fünffache vergrößert. Äh, es hat die Fähigkeit entwickelt, elektrische Systeme zu stören, was häufig Probleme mit der Beleuchtung der Einrichtung verursacht. Ach, schön. Wir haben es voll im Griff. Scheiß habt ihr, Alter. Schwäche. Äh, es kann nicht anders als Bälle zu jagen. Immer noch ein Hund. Alles klar. Jetzt weißt du, warum du einen Ball dabei hast. So, dann machen wir Windows 95 wieder aus. Ein Monster, das eine menschliche Maske hält. Schön. Super. So, äh, haben wir denn jetzt irgendwo eine Tür gefunden, die verschlossen war? Nee, aber wir haben ja die Spinde da gesehen. Vielleicht ist ja damit das Schließfach gemeint. Ah, meinst du, da ist das, äh, eine Sicherung drin? Vielleicht. Hm. Also, das wäre jetzt das Einzige, was mir einfällt, was in einem Schließfach ähnlich kommt. Ah. Mhm. Schön, schön, schön. Mhm. So, das sieht doch so schön aus. Vor allem steht auch als Einziges da eine dicke Fett 18 drüber. Sicherung erhalten. So, na dann, hinein mit der Sicherung. Da, 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 und meine Ausdauer ist so schnell im Arsch. Ich bin doch ein Kind, ich müsste doch rennen können, rennen können, rennen können, rennen können, bis an alle Diebigkeit. Ja, ich würde auch die Ausdauer nach oben kommen lassen, damit, falls jetzt gleich Renn-Action passiert, du ein bisschen Ausdauer noch hast. Also, also nicht, dass wir jetzt nicht wegrennen müssen, ne, wir haben ja einen Ball, wir sind ja geschützt. So, okay. So, okay. Schön. So, okay. 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 Ich meine, er kann keine Türen öffnen, oder? Doch, kann er. So, scheiße. Er ist besetzt hier, hallo. Vielleicht kann ich Dommys Ball benutzen, ja, das wäre voll Schau, mach das mal. Okay, er ist weg. Okay, fand er gut. Okay, er hat den Ball, er hat den Ball. Okay, aber jetzt haben wir keinen Ball mehr. Sollen wir den Ball haben? Ja, aber was ist, wenn er wiederkommt? Soll ich ihm jetzt den Ball wegnehmen, oder was? Er scheint tot zu sein, ja. Das ist die Frage beantwortet, würde ich sagen. Wie soll ich ihm jetzt den Ball wegnehmen? Soll ich ihn streichern, oder was? Ich weiß es halt nicht, war der eigentlich überhaupt noch aufs Klo? Ja, ja, der hockt ja da. Wie der? Nee. Ruben! Ach, jetzt ist er weg. Okay. 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 Oh, du bist hier. Aber wo ist die Strohflinte? Was machst du mit dem Ball? Es tut mir wirklich leid. Ich wollte nicht, dass so etwas passiert. Eine Tür hast du gewollt. Diese Bastarde werden nicht auf mich hören. Verstanden. Es gibt eine Möglichkeit, für dich zu entkommen. Benutze die vier Schalter, um die große Tür zu öffnen. Und das ist wichtig. Der letzte Schalter ist drin. Der letzte Schalter ist drin. Ah, stirbt. Das ist geil. Wiedersehen. Wir haben einen Weg gefunden, Rubens Mobilität einzuschränken. Alles gut. Mit einer hochwissenschaftlichen Methode, die ich nicht erklären werde. Schön, danke. Wir werden Raum E benutzen, um alle Experimentierkugeln weg von ihm zu lagern. Wir werden den Jungen auch eine Strohflinte geben. Und die Widerstandsfähigkeit des Exemplars gegen Waffenschaden zu testen. Schön. Ja, okay. Also Raum E. Kapitän Jans, mieses Gefühl, Alter. Das ist klar, natürlich. Oh. Voll viel Bälle. Ganz viele Bälle. So, okay. In D ist ein Schlüssel, in B ist ein Schlüssel. Okay, also wir können von E zu, warte, 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 von E zu D gehen. Weil E ist ja offen. Also könnten wir jetzt quasi zurück und nach rechts gehen und könnten schon mal den Schlüssel von D holen. Also hier nicht, hier rechts. Hallo? Oh. Scheiße. Staplerschlüsse. Wir haben den Staplerschlüssel. Ach, komm. Okay. Na gut. So, warte mal, bevor ich jetzt hier lang gehe. Guck mal hier kurz. Okay. Können wir mich drucken? Nee, komm ich nicht durch. Ja, da musst du aber nicht, da kommst du nicht durch. Da kommst du nicht durch. Oh, achso. Oh, Alter. Aber das ist doch hier, wird das ja bitte für eine Tierklinik, ey. Äh? Ich hör mal, komm. Achso? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Scheiße. Ist jetzt der Staplerschlüssel hier unten? Also, finden wir den Stapler hier unten? Und da vorne ist er. Du kannst ihm nicht einfach den... Oh, er läuft ja dann vorbei. Ähm. Ja, vielleicht. Also, er ist ja nach rechts gelaufen, ne? Ja, ist jetzt wieder hochgelaufen? Okay, okay. Oh, er hat uns sehr schnell gekriegt. Sehr, sehr schnell. Vor allem, wo kommst du denn da oben wieder raus? Also, wenn du hochkommst. Oh, okay. Ich muss wirklich außen rumlaufen. Aber hier komm ich nicht... Kommen wir jetzt zu einem anderen... Achso, hier können wir denn... Ich hab keine Ahnung, was ich gerade getan habe. So eine Tür aufhielangelanget wird. Vielleicht haben wir jetzt wirklich eine Tür geöffnet. Damit wir wieder rauskommen. Ja. Oh, wie ist er? Da ist er! Will dir den Ball! Scheiße. Ich glaube nicht, dass du da rüberkommst. Ich hätte jetzt die Hoffnung gehabt, dass er mit dem Ball so beschäftigt ist, dass er erstmal, äh... Ja. Sich resettet? Keine Ahnung. Also, äh... Okay. Oder auch nicht. Aber jetzt hast du... Ja. 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 Schwierig. Das ist so... Ein hässliches, hässliches Gegner-Design. So, da müsste jetzt auch mein Ball sein. Das ist halt nur die Frage, wo ist er jetzt? Da drüben. Da ist er quasi da, wo du hin willst, ja? Ich befürchte fast. Krass. Vielleicht hast du ja Glück und er läuft jetzt einfach quasi an uns vorbei und du kannst dann hinter seinem Rücken so lang? Ja, wie beim ersten Mal jetzt quasi, ne? Dass er auch hier vorne an uns rechts vorbeigelaufen ist. Ja. Ah... Das Ding, du musst gleich Alpha sein und uns von oben heran schräg angucken. Das ist gar kein Problem. Dominiere ihn. Ich bin hier mal so ein 5 Meter Hybrid-Mensch-Hund. Mach ich. Sieg durch. Ich kriege nix. So, aber ist ja nicht passiert. Ich würde jetzt sagen, dass irgendein Tor aufgegangen ist. Dass wir jetzt irgendwo wieder durch können, damit wir wieder in die Mitte kommen. So, F ist aufgegangen. Bei B kommen wir nicht rein. C ist aufgegangen, oder? Wir müssen zu C am besten. Oh, holy moly, Alter. Weil von C, da gibt es ja noch den anderen Schlüssel. Und von da aus könnten wir halt... Nee, bei C. Warte mal, war bei C der andere Schlüssel? Hier ist ein Segelchef, da hat eine Menge Gabler stehen. Gabler. Stapler. Gabel-Stapler. Oh, guck mal, hier, der Gabler. Oh, du bist so ein Scheiß. Ich bin hier nicht irgendwie. So, hier haben wir den nächsten Hebel. So, und Hundi ist am Start. Hundi. Oh, scheiße, ich muss pinkeln. Das ist ganz schlimm jetzt gerade. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Da hat er seine. Da hat er seine. Oh, bitte jetzt. Oh, oh, okay. Ja, schnell, ja, schnell, Alter. Kannst du nämlich einfach langschleichen? Hört er das vielleicht gar nicht. Läuft er schön seinen anderen Weg, weil er halt so ein doofer Ruben ist. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, ab in den nächsten. Okay. Hier sind anscheinend die Büros. Ist so ein beschissenes Archiv. Oh, nee, hey, hey, hey. Oh, na toll. Mann, ich wollte doch erstmal hier was lesen. Der fusionierte Hund Mensch-Hybrid Teil 4. Metaphysische Tests ergaben, dass der Hybrid ein angeborenes Wesen hat. Verbindungen zwischen den Urgewalten der Natur. Einschließlich der Fähigkeit, die Elemente im begrenzten Umfang zu manipulieren. Er kann die Elemente manipulieren. Ist ja klar. Okay. Das Subjekt zeigt auch eine bemerkenswerte Resistenz gegen körperliche Schäden und eine beschleunigte Heilungsfähigkeit. Schön. Aber du hast den Schalter jetzt geschafft mit dem Stapel-Uhrerschein. Mit dem Gabler. Gabler. Die ganze Zeit hier Gabler gequatscht. So, hier kann ich anscheinend runterkriechen. Und wir haben einen Schlüssel. Käfig-Schlüssel haben wir. Was kann man denn damit schon wieder machen? 18. Mai. Ich hasse diesen Glatzkopf. Ständig seine Nase dort hineinstecken, wo er sie nicht tun sollte. Wo er es nicht tun sollte. Wir sind so nah dran, es zu erreichen. Nach so vielen Opfern haben wir endlich den richtigen Hund. 5. Juni. Projekt Schakal. Fast fertig. Wir müssen die Fähigkeiten des Exemplars testen. Ich hatte einen Plan dafür. 11. Juli. Alles ist bereit. Wir haben den Köder. Und die Einrichtungen sind vorbereitet. Na toll. Jöse. Na, das ist schön. Schön. Jetzt kommt auch noch mal eine Fußballfrage für dich, Stevie. Welcher Wackelfigur ist das? Soll das Messi sein? Nein. Dann wisst du es nicht. Die Hand Gottes. Achso. Echt? Maradona? Schauen. Hat er mich? Hat er mich? Hier vorne war tatsächlich noch ein Punkt, wo ich mich hätte verstecken können. Glaube ich. Glaube ich. Naja, wir wissen, tu es nicht. Haben wir dann hier jetzt einen Schalter gehabt? Nee, ich habe einen Schlüssel gefunden. Käfig-Schlüssel. Ja, stimmt. Bei dem einen war ja noch ein Schlüssel drunter. Genau. Den haben wir jetzt auch versucht. Mutti. Warum? Hi. Hi. Guten Abend. So, das sieht erst mal in Süd aus. Bis jetzt. So, habe ich. Äh, ja, jetzt ist natürlich die Frage, wohin? Äh. Oh, sieht grün aus. Oh Gott. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Oh, nein. War das ein Schalter? Wo? Ganz hinten. Da. Da, genau. Achso, da. Es ist auch noch ein scheiß Labyrinth jetzt hier. Es darf doch wohl nicht wahr sein. Ah. Hier kommt nie wieder lebendig raus. Ich saß dir. Ja, wer baut auch sowas? Idioten. Einfach Idioten. So. Be quick or be dead. Heißt das. So, ich muss jetzt nämlich irgendwie unter diesen Schreibtisch runter. Guck mal. Easy. Wie viele Schalter müssen wir denn insgesamt drücken? Vier waren das, ne? Das ist jetzt der dritte gewesen. Okay, dann haben wir noch einen Schalter vor uns. Und dann müssen wir ihn wahrscheinlich in den Raum irgendwie da rein justieren. Mit Tommy. Mit dem Ball. Wahrscheinlich. Und dann wahrscheinlich abschließen oder so. Was ich weiß. Und vorher noch den Gabelstapler rüberfahren oder so. Wahrscheinlich. Irgend so ein illustreres Ende wird das sein wahrscheinlich. Hm. So. Interessant ist natürlich, dass wir ihn sehen. Auf den Kameras. Ich bin gespannt, ob er jetzt auch wirklich den Weg hier, hier langläuft. Ich würde gut finden. Ich würde mir das gut vorstellen. So, und? Der kommt auf jeden Fall näher. Ja. Wittert uns. Ich bin jetzt wieder weiter weg. Oh, das wäre scheiße. Hm. Ist wieder weiter weg gelaufen. Okay, das heißt tatsächlich, ich muss abwarten, bis er in irgendeiner Sackgasse ist. Oder ich verstecke mich hier. So, na komm, du Möter. Halb Mensch, halb Köter. Oh, da geht er wieder woanders lang. Geht er jetzt echt woanders lang? Oh, das darfst du nicht warten. Echt jetzt? Ich weiß es halt nicht. Weil ich höre seine Steps nicht mehr. Wie kann denn das sein? Irgendwie, dass du die Hälfte des Sounds nicht hörst? Tust du hier bloß irgendwie zwei Kanäle rüber? Ich habe keine Ahnung. Ich habe oft volle Möhre, aber das müssen wir irgendwann mal fixen. So, ich weiß nicht, ob da hinten tatsächlich noch ein Tisch ist, der mich verstecken kann. Das sieht ja erstmal gut aus. Nee, er kommt doch jetzt hier. Er ist doch hier irgendwo. So, in der Mitte ist er. In the middle. In the middle. Hm. Lass uns nochmal die Map angucken. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr, wo wir jetzt hin müssen überall noch. So, wir haben beide Schlüsse. In F müssten wir noch fahren. Kann das sein? Ja. Also dann quasi hier zurück und nach links. Da waren wir noch nicht. Also die, the next left. Oh. Ist hier Tommy? Na, ich hoffe doch. Also nicht, dass das hier Tommy ist, aber, alter, was für ein Riesenvieh ist das denn? Kann ich jetzt den Stapler benutzen? Ja. Nice. 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 Hundi. Oh. Kann man in den drei Kärze? Was? Oh. Aber wir haben jetzt keinen Schalter gegangen. Wir haben kein Schalter, ja. nur unser hunde gefunden also nur ist gut gesagt scheiße ist ja noch der letzte schalter was hat der typ am anfang gesagt und wie jetzt hieß es der letzte schalter sei drin was auch immer das heißt hat der junge recht wollte sie mich gerade sagen und zwar in der mitte wir waren ja nicht an der säule oder irgendwann dran ja dann ab in die mitte stimmt das kann direkt hier vorne natürlich läuft er jetzt raus so noch ein bildchen nehmen da müssen wir wahrscheinlich irgendwie in die mitte auch so ein bällchen reinschmeißen damit er dann da ist damit wir dann alles zünden können oder so ich weiß es nicht hast du mal einen ball hin geschmissen wir haben schon aktiviert den schalter der ist schon der ist schon grün luft auch hoch alter was machen wir jetzt nix boah wie gartet gott holy moly okay wir haben unseren hund befreit und den hund android keine ahnung hybrid in gesperrt und du spacken hättest mir nicht mehr vorher was an können oh man du hast es geschafft seht euch beide so glücklich an das ist der tat ein happy end hoffen wir einfach dass das monster nicht lernt aus der einrichtung zu entkommen ach du echt jetzt hahaha gitarre über den schädel naja ging ja doch nochmal eine stunde geil oh wir haben tonnis oh ja okay alles klar das war kennen irgendwie ja wenn es euch gefallen hat dann lasst doch ein bällchen nach oben da oh guck mal oh rund 3,8 millionen wurden jedes Jahr ausgesetzt und hier heim ab hier eben na wir können helfen die Säule nur einfach einen hund adoptieren ja sie sind auf uns angewiesen ja ihr lieben kann ihn ihr habt es gerade selber gelesen und wenn ihr die möglichkeit habt holt euch einen hund aus dem tier heim kümmert euch gut um ihn schaut ob ihr hundeleute seid das ist auf jeden fall extrem bereichernd so ein kleines tier dass ihr euch kümmern könnt und dass es sich um euch kümmert naja darf man auch nicht vergessen im Klipp hat doch sehr viel Zeug ja gut zu sagen uns wurde es sehr freund irgendwie wenn ihr den Daumen nach oben da lasst und vielleicht wenn ihr die kommentare schreibt ob es euch gefallen hat ob ihr hundemenschen seid schreibt es unten rein übern Abo wohnen muss das euch auch freuen ansonsten sehen wir uns zum nächsten folgt wieder bis dahin tschau tschü tschü b tschu tschu tschu